Ich glaube, er filmt sich selber. Ja, ja. Ist halt eitel, der doch mal. Die Bewegung wird er gar nicht mehr. So ein Scheiß mit Bananas, Bananas. Habba, habba, sup, sup. Suba, suba, hab, hab. Watt, watt, watt. Das wollen wir auch nicht kalt sein. Mit Helga Fellersen auch. Ja, das sind wir noch. Das ist ein Scheiß mit Topem. Das ist ein Scheiß mit einem Gehirn. Das war die Jugendliche, Sie haben keinen Gehirn. Oh! 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 Was sagt ihr? Ja! Scheiße! Oh, da ist das! Warte mal! So ist das hier! F*** euch doch alle! Scheiße! Kacke Scheiße! Mann, ich bin da drin! Scheiße! Ja! 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 Endlich mal gutes Wetter! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen, Bartone. Morgen, Morgen. Wie ist das? Ja, ganz gut. Schöner Pullover. Hoodie, bitte schön. Nippel stehen auf. Atzi! Kann der doch nicht. Bidji! Hast du gut geschlafen? Nein. Sehr schön. Wie immer. Was war mit der Taube? Der Dialog mit dir und der Taube. Hatte ich einen Dialog mit der Taube? Das ist ein Dialog mit der Taube. Wie denn? Du hast geschnarcht. Und dann hat die Taube immer... Die ist echt hier oben irgendwo im Baum gelandet. Das war fürchterlich. Was machst du denn da? Das macht doch nicht so dämlich. Ich gieß mir Kaffee auf hier. Schönen Hand-Drip. Hand-Drip? Da ist eine Flosse drüber. Hast du so warme Hände. Ja, sieh. Immer doch. Warme Hände, kaltes Herz. Ohohoho. Ah, herrlich doch. Du zitterst. Nee, nee, die Tasse hat ein Eigenleben. Das ist eine Aufregung. Da kommt gleich noch ein Schuss von dem Sauerländer Single Mold rein und dann hört das auf mit dem Zittern. Der Badger baut schon ab. Die sind alle traurig. Ohohoho. Das kann sich alle aber... Oh, was ich doch gerade sagen. Nächste Stunden. Ohohoho. Ohoho. Das sind hier. Puten. Warum puten? Ich habe nichts. 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 Ach so. Ohohohoho. Corona. Ja. so ist es so ist es aber bad man jungen pass auf dich auf mein lieber gut gehen noch natürlich hoffe mal dass er noch nachschub bekommt auch klar aber der atti kommt gleich das sagst du na ja habe ich mir sicher hat die kommt er aber das war er da kommt er kommt und atti bringt die eier mit macht's gut mein lieber ja du dir auch viel spaß beim autobasteln so sieht es aus tschüss so 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 Du bist ja schon erkannter, aber der Rucksack ist noch breiter. I will survive. Glück auf, Glück auf, du Räuber. Gut, dass es hier so warm ist. Atti, mein Lieber, mein Lieber, was denn? Überhaupt nicht. Warum nimmst du immer so viel mit? Ja, weiß ich auch nicht. Ist doch gar nicht so viel. Vor allem, du brauchst die Pfanne jetzt schon nicht schleppen, beschwere dich mal nicht. Beschwere dich nicht! Was haben wir denn da? Zeig mal vorne deine Hände. Hält nicht. Was hast du denn da? Ein Lederpättchen. Warte, warte, ich muss ihn mal eben scharf stellen. Oh, feinie fein. Ja, passt zu meinem Teng. Ja, sehr geil. Vielen Dank an Tobias von Buschkraft Lifestyle. Ne, da ist jetzt Crafty Gale. Crafty Gale. Aha. A.K.A. Crafty Gale. Cool. Blenden wir mal hier unten ein, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Lohnt sich. Hast du Bereitschaft, oder was? Ja, auch. Ja, ja. Hallo. Hallo. Du bleibst nicht, oder? Du bleibst nicht über Nacht, oder? Wieso? Ne, ich habe heute gestern erstmal meine Tugelkick. Ja, ja. Und was? Ja, ja. Was? Ja. Was ist das für eine Jacke? Ist egal. Ist egal. Ist nicht wichtig. Gerber. Gerber. Oh, echt? Gerber. Überraschung. Ja? Überraschung. Koks, Alter. Yay! Das ist für mich, ja. Ja, sicher. Hast du doch bezahlt, oder nicht? Aber du hast mir 30 Euro zurückgewiesen. Warum hast du das gemacht? Wann? Tage? Nein. Okay. Da muss ich aber gleich mal fassen. Was denn da schön ist? Operation. Kollege. Oh, oh. Fein, fein. So groß. Wer von dem Eki da geschickt hat, mit dem Corona, den fand ich auch geil. Hier. Das Patchchen. Covid-19 Patch. Danke, vielen Dank an Dean Joe. Der hat die besorgt für uns. Coole Nummer. Danke dir. Hier. Jo. Auch schön. So. Vielen Dank. Geiler Hut. Jo. 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 Geil. Geilo. Geilo. Ist das ein Schlafsack? Das ist ein eingerollter grüner Schinken. Jo. 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 Auch so geil, was? Wieso? Ah, das wird ein schönes wärme Feuer. Der Frank ist nicht fett, der hat nur die Beine zu weit hinten. Er ist nur zu klein für sein Gewicht. Ja, er ist nur maskulin. Berlin maskulin. Ja, genau. 13,5, 84. Ja, nee, kannst du ihm ja nicht wieder sagen. Er hat drei Tage beleidigt. Ja, und? Ja, dann ist doch wieder alles scheiße. Nee, 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 nee. Alphamännchen halt. Ja, wie mit der Diskussion mit dir. Worüber? Das war letztes Mal hier oben. Was? Bist du eigentlich Koch, Aki? Ja, ja. Ich dachte, du arbeitest bei der Stadt. Nee, auch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. wenn's nicht auf Akafokos hat. Tijuana. 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 Ja, das macht doch nicht so viel Salakoff. Ja, das ist auch sehr gut. Ich kann ihn nicht verstehen, hä? Dubbelflag? Ja, dubbelflag. Und was? Und ein Kaas? Und ein Kaas souffleet? Nein, mein Name ist Henk. Also, jetzt doch nicht. Ich muss immer mal auflegen. Was denn? Jeha! Er geht nach El Dorado. Oh, El, Alter, weht es aber nicht. R&R, ne? Ne? El Dorado. Ich bin wohl gar eine alte von Amazon erst mal meine Bestellung erstattet. Mhh. Wow. Wow. Geil. Atti, das ist echt geil. Alles andere wäre auch ... Mhh. Das freut mich. Schade, dass du keine Frau bist, Atti. Hä? Ich bin ganz froh. Was würdest du denn dann machen? Den Düdel mit dem Mund nehmen. Ich bin ganz froh. Mhh. Brauchst du dir das scheiße Labern nicht an, beim Kochen? Mhh. Mhh. Ne, was ich heute wieder geschafft hab. Ja, wir labern ja auch nicht beim Kochen, nur beim Fitten. Das haben wir gehört. Wenn Atti eine Frau wäre, wäre mit dem Bad auf jeden Fall, ob ich ihm hier mag nachfragen. Ich dachte, ich hätte Zucker, aber es ist Gluckstrupfen. Nee. Du musst auch was sagen. Ich müsste jetzt beten, aber ich bin total sprachlos. Danke, Attila. Wie gerne. Für diese Gabe. Gerne geschehen. Boah, ich wusste nicht, es schmecken gut. Das ist immer geil. Man merkt gar nicht, dass es so bei der Stadt arbeitet. Hammer. Unglaublich für den FSJler. Der Atti macht bei uns, bei Ruppert Outdoor, sein freiwilliges, asoziales Jahr. Und das macht er richtig gut, finde ich. Hat jetzt gerade verlängert. Der Vertrag geht bis 2022. Darf ich Mama zu dir sagen? Oh, du kannst alles zu mir sagen. Komm mal, du bist du. Ja, das ist wie beim Bund, der wird jetzt berufsasozialer. A-Z-H bis D-Z-E. Ach, ich bin kurz, dass ich jetzt so verbe. Weiter. Weiter. Ja, das ist gut. Und Männer aus meinen Albträumen, habt ihr alle gut geschlafen? Ja. Ja? Wunderbar. Abstand bitte. Sehr schön. Mh. 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 Stopp, you waffels. Mh. Oh, ja. Hast du noch eine für mich? Ja. Ja. Brauchst du die Haare? Ja. Deine eigene Waffel. Oh, super. Ja, helemaal, lecker Waffel. Guck mal. Das ist wie bei den Mondfinsternis. Das kannst du deinen Kopf mitverdecken. Super. Mh. 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 Ja, ich hab gerade. Tja, ja. Cocaine ist eine Helle von Drugs. Ich bin rich, bitch! Was sagen die fünf Fingern auf das Gesicht? Slap! Rick James, bitch! Ich bin Rick James, bitch! Gesund! Was ist das? Knäckebrot mit Nutella. Schön knusprig. Und hier gibt's was für die Fleisch- und Ei-Fanatiker. Atti, was ist bei Ihnen auf der Karte heute? Heute gibt's Nürnberger mit Rührei und Bohnen. Also richtige Fränkische? Fränkische. Fränkische. Mit den guten Baguette-Brötchen. Oh, da schaut's her. Und Raucharoma. Sind das etwa Barbecue-Bohnen von Heinz? Oh ja. Richtig schön schlotzig, was? Ja, schön schlotzig. So muss es sein. Richtig schlotzig, was? Ja, nicht wahr, Riesela? Ja. Ja, Anja! Das war's nicht. Ja, Yanke. Janet. Ja,anni. Daas! ibliik. Toast. Wir IDEN immerunint. Wir wissen, was wir kommen?